Alles, was das Leben schöner macht, findet man in Posthausen. Wir haben getestet, ob dieses Versprechen stimmt und unseren Preisträger als bester Schuhhändler, Dodenhof, besucht. Was man hier nicht kaufen kann, sind Autos. Aber dafür könnte man viele andere schöne Dinge erwerben. Zum Beispiel Schuhe, Schuhe, Schuhe. Herr Blanke, erzählen Sie uns ein bisschen was über die Geschichte von Dodenhof. Wo kommt das Unternehmen her? Ja, 1910 ist Dodenhof an diesem Standort gegründet worden. Als klassisches Kontrollenwarengeschäft, wie früher so die Geschäfte ausgesehen haben. Man konnte alles kaufen und wird jetzt in der vierten Generation von Ralf und Kai Dodenhof geführt. Unser Unternehmer hat mit uns das Ziel, gemeinsam unsere Kunden zu Fans zu machen. Und dieses macht wirklich so viel Spaß, dass das eigentlich die Kernaufgabe ist. Ich sage immer, ich gehe nicht zum Arbeiten, ich gehe zu meinem Hobby. Herr Nützel, auch Schuhe kann man bei Dodenhof kaufen. Können Sie uns skizzieren, in welchen Dimensionen sich die Bereiche Schuhe hier bewegen? Ja, wir haben die Schuhabteilung im Jahr 2009 komplett auf neue Füße gestellt, wie das gesamte Unternehmen wir zukunftsträchtig gestaltet haben. Nach unseren 100 Jahren, die wir vor zwei Jahren zelebriert haben. Wir haben die Schuhabteilung mittlerweile auf eine Größe von knapp 1000 Quadratmeter und überzeugen eben hier durch verschiedene Stilgruppen, die wir jetzt auch richtig relevant und gut zeigen können. Wir sind also seit gut drei Jahren recht aktiv mit dem Thema Flächenbewirtschaftung, Partnerschaften mit Lieferanten einzugehen, insbesondere hervorzuheben. Hier ist der Pioniergeist zwischen uns und der Firma Lloyd. Die größten Hebel sind hier einfach die zeitgenauen Einsteuerungen von Ware, die Nachlieferung ist ein ganz, ganz großer Faktor und eben auch die Aktualität in der Modellerie auf der Fläche, die in beiden Seiten auch sehr viel Spaß macht. Sowohl dem Lieferanten als eben auch uns, logischerweise. Herr Riener, wie viele Schuhe könnte man hier kaufen, wenn man wollte? Man könnte sehr, sehr viele Schuhe kaufen, sehr, sehr viele attraktive Schuhe. Wir drehen hier am Standort, sprich an diesen Schuhfachgeschäft, an die 100.000 Paar im Jahr. Bei Dodenhof sind viele Bereiche in Welten strukturiert. Das ist in der Schuhabteilung auch so. Hier findet jede Zielgruppe, wenn sie will, ihre eigene Welt. Genau, das ist uns auch sehr wichtig, dass wir hier klar segmentieren, dass wir für jede Zielgruppe etwas haben. Das heißt, wir sprechen hier über den Comfort-Wellness-Bereich. Wir haben hier den Mainstream-Bereich. Wir haben hier den stark wachsenden Trend-Bereich und natürlich den Premium-Bereich. Alles, was das Leben schöner macht. Dodenhof.